Hallo Leute und willkommen zum nächsten Mal von Let's Play I Wanna Meet The Gly Wie seht bin ich schon an dieser Stelle Aber das ist nur weil ich außerdem das Video gelöscht habe Aber ich hab da... Ich hab halt hier... Äh... Im letzten Part... Nein... Das Video hab ich nicht gesehen Ich hab halt... Die eine kommende Stelle da gepackt Und mit dieser Hexe da Und hab ich gespeichert und im nächsten Video kam dann... Hier den ganzen Klettermisschen drauf springen Und dann hab ich noch Dracula probiert Ja und jetzt würde ich auch Dracula probieren Aber nur ein einziges Mal Und dann jetzt würde ich posieren Und ich weiß jetzt wie man das... Wie man hier das überspringen kann Das ist einfach Essdrücken Dann geht's schon los Ähm... Ja... Ah, Scheiße! Ich find der Mund am einfachsten Nein! Oh, alles knapp Wow Okay Höh... Ja... Ja... Ich find das... Was ist so... echt... I like... Und... Also wenn du noch... Und dann geht's das... Und dann berne... Jetzt... Dann öfter... Dann geht's mal... Schrift... Also... Wir... Ich schaff... Ich mache Ihnen... Ich mache Ihnen... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.